Hallo, ich bin Paul Burek, Verkaufsberater im Porsche Zentrum Niederrhein und ich stelle euch heute unseren Gebrauchtwagen des Monats vor. Heute haben wir uns für euch unser Carrera 4S Cabriolet ausgesucht. Wir haben es hier mit einem sehr klassischen Fahrzeug zu tun, in der wunderschönen Außenfarbe Art Grau Metallic mit einer schwarzen Innenausstattung. Das Heck sticht hervor durch das schöne rote Leuchtenband, was typisch für die Allradmodelle ist. Die klassische Note dieses Fahrzeuges unterstreicht das Carrera S-Rad in 20 Zoll an Vorder- und Hinterachse. Wenn ihr euch für das Fahrzeug interessiert, freuen wir uns über euren Besuch und stehen euch mit Rat und Tat zur Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020